Die Republik Irland ist ein souveräner Staat mit einer repräsentativen Demokratie unter einem parlamentarischen System mit Präsident, Premierminister und Parlament. Die Hauptstadt ist Dublin und Irland ist Teil der Europäischen Union und der Eurozone. Die zwei größten Parteien sind Fiannafail und Feingeel. Staat, Verfassung, die Verfassung offiziell Bunriacht Naheien genannt, ist die oberste Gesetzesebene in Irland und liberal-demokratisch ausgeprägt. In ihr werden die Regierungsorgane definiert, sie gewährt die fundamentalen Rechte. Die Verfassung kann per Verfassungsänderung geändert werden, über die per Referendum abgestimmt werden muss. Staatsoberhaupt, der Präsident bekleidet das höchste Amt Irlands, ist de facto Staatsoberhaupt und hat, neben einigen exklusiven Rechten, großteils zeremonielle Aufgaben. Der Präsident wird durch direkte und geheime Wahl vom Volk gewählt, die Kandidaten werden von den Parteien vorgeschlagen. Die Amtszeit beträgt sieben Jahre, maximal sind zwei Amtszeiten zulässig. Exekutive Die Exekutivmacht wird durch das Kabinett ausgeübt. Die Regierung besteht aus dem Premierminister, dem Vizepremier sowie aus bis zu 13 weiteren Ministern und ist de jure kollektives Staatsoberhaupt. Der Taoist wird durch das Dial nominiert und durch den Präsidenten eingesetzt. Die übrigen Minister werden durch den Taoist nominiert und vom Dial akzeptiert. Die Regierung benötigt das Vertrauen des Dial-IRN, sollte sie es nicht mehr besitzen. Muss der Taoist entweder zurücktreten oder den Präsidenten bitten, das Dial aufzulösen, was eine neue Wahl zur Folge hat. Legislative Das Parlament der Republik Irland ist das Eure Achtens. Es besteht aus dem irischen Präsidenten sowie den zwei Häusern Dial-IRN und Sina-DIRN. Das Dial ist der dominierende Teil der Legislative. Da der Präsident kein Veto gegen Gesetzesvorschläge einlegen und der Senat Gesetze lediglich aufschieben, aber nicht ablehnen kann. Das Dial wird mindestens alle fünf Jahre direkt unter dem System der Single Transferable wurde gewählt. Seit den 1990er Jahren gab es im Dial keine Einparteienmehrheit, sodass Koalitionsregierungen mittlerweile üblich sind. Der Senat ist ein großteils bärartendes Organ und besteht aus 60 Mitgliedern. Elf wird durch den Taoist, sechs durch nationale Universitäten und 43 von verschiedenen Wahllisten bestimmt. Der Senat kann Gesetzesentwürfe lediglich bis zu 90 Tage aufschieben, nicht aber ablehnen. Judikative Das Gerichtssystem in Irland besteht aus dem Supreme Court, dem High Court sowie diversen untergeordneten Gerichten. Richter werden durch die Regierung nominiert. Durch den irischen Präsidenten eingesetzt und können lediglich bei schweren Amtsvergehen ihres Amtes enthoben werden. Die Kreisverwaltung in Irland wird durch den Local Government Act aus dem Jahr 2001 geregelt, der eine zweischichtige Struktur einführte. Die oberste Schicht besteht aus 29 County Councils. 24 der 26 Grafschaften in Irland haben einen, Dublin hat drei und Tipperary zwei solcher Räte. Dazu kommen die City Councils von Dublin, Cork, Galway, Limerick und Waterford, die den County Councils gleichgestellt sind. Die zweite Schicht besteht aus den Town Councils. Die Stadträte von Kilkenny sowie Sligo, Drogida, Clonmel und Wexford dürfen den Titel Borough Council anstelle von Town Council tragen, haben ansonsten aber keine weitergehenden Befugnisse. Die verschiedenen Kreisverwaltungen haben ihre Verantwortlichkeiten z. b. in den Bereichen Planung, Straßen, Abwasser und Büchereiwesen. Jeder Rat hat einen offiziellen Vorsitzenden, der gleichzeitig ein Staatsbeamter ist, der durch die Civil Service and Local Appointments Commission eingesetzt wird. Der irische Minister für Umwelt, Kulturerbe und Kreisverwaltung ist für die örtlichen Verwaltungen und anhängenden Aufgaben verantwortlich. Nach der Abschaffung der Grundbesitzsteuern in den späten 1970er Jahren wurde es für die Räte immer schwieriger, Finanzmittel zu erhalten, so dass Gebühren auf Wasser und Abfälle erhoben wurden, die in manchen Gebieten aber im großen Stil nicht bezahlt wurden. Daher sind die Räte stark von der finanziellen Unterstützung durch die Regierung abhängig, was zu einem stark zentralisierten System der lokalen Regierungen führte. Unter dem Karfreitagsabkommen und Artikel 3 der Verfassung koordinieren ein Nord-Süd-Ministerialrat sowie sechs Nord-Süd-Durchführungsgremien die gemeinsamen Aktivitäten der Republik Irland und Nordirlands und besitzen begrenzte Exekutivmacht auf der gesamten Insel. Das Fortbestehen dieses Rates ist aktuell ungewiss. Parteien Eine Reihe von politischen Parteien sind im Dial vertreten und Koalitionsregierungen sind seit den 1990er Jahren üblich. Keine der beiden stärksten Parteien, Fianna Fail und Feingill, charakterisiert sich über die Rechts-Links-Einteilung. Drittstärkste Partei ist die Mitte-Links-Labor-Party. Ebenfalls linksgerichtet sind die Grünen, sind Fein, die Communist Party of Ireland, die Workers-Party sowie die Socialist-Party. Die progressive Democrats, eine liberale Partei, wurden am 8. November 2008 aufgelöst. Neben diesen Parteien spielen auch unabhängige Kandidaten eine große Rolle in der irischen Politik. Derzeitige Regierung In Irland besteht derzeit eine Koalition aus zwei Parteien, Feingill und Labour-Party. Das Kabinett von Ministerpräsident Ender Kenny wurde am 9. März 2011 vereidigt. Tao Isic Ender Kenny Sozialministerin Unterneiste Joan Burton Landwirtschafts- und Marineminister Simon Kavanai Minister für Kunst und Geld Acht Heather Humphries Ministerin für Kinder und Angelegenheiten der Jugend James Riley Energieminister Pat Rebitte Bildungsminister Jan Ossalewen Minister für Unternehmen und Arbeit Richard Bruten Umweltminister Paschaldon Okhü Finanzminister Michael Nunen Gesundheitsminister Leo Varadkar Justiz- und Verteidigungsminister Francis Fitzgerald Minister für Staatsausgaben und Reformen Brendan Hoflin Transport- und Tourismusminister Alan Kelly Hans-W véritin San Jose ZD Schud Chad 2 W Schud Schud Schud